Heute spielen wir Scribbl.io mit Khan, mit Danja und mit Saddi. Hallo! Runde 1 Oh Mann ey, wie ging das nochmal? Wir müssen ja... Oh mein Gott, das ist ja das übelst nice Wort. Okay, Moment, Moment, Moment. Saddi sucht sich jetzt ein Wort aus und der zeichnet es jetzt und wir müssen das raten und ähm... Ja... Person... Mensch... Was ist denn das? Hm... Ah... Hm... Ja? Verrückt? Verrückt? Äh, ja okay, das ist ein Haar, also der hat wenig Haare, aber er hat normale Haare, also, ja. Ähm... Okay, okay, okay. Ihr kennt natürlich auch schon, dass es auf jeden Fall ein Mensch ist, der ist ein bisschen lange in der Sonne gewesen. Mit Krypsilon als zweiter Buchstabe. Ähm... Okay, 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 Moment, Moment, Moment und dann, aber es geht nicht darum, wer diese Person ist, sondern was diese Person kann, ja? Denn er kann... Vitamine. Hä? Ja genau, Vitamine. Hä? Hä? Er kann sehen? Er kann besondere Dinge. Leute! Ist das euer Ernst? Was? Oh mein Gott, Alter, wir haben aber voll wenig Zeit. Mysterium? Hä? Hä? Ich verstehe was, was... Ich verstehe was, was... Ich verstehe was, was... Nein! Hä? Äh... Ich war auch bei Dose. Äh... Hä? Hä? Das ist doch voll einfach. Äh... Hä? Das ist doch nicht euer Ernst, das ist so easy. Hä? Was? Was ist das? So... Was? Und dann... Schreib mal Glas. Glas mit Schafen. Irgendwie sowas hier raus, in Strömen. Hä? Was? Das ist euer Ernst, das ist doch voll einfach. Hä? Hä? Ich verstehe gar nichts. Hä? Wie könnt ihr das nicht sehen? Hä? 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 Was soll das denn sein? Was soll das denn sein, Daniel Mann? Hä? Du machst einfach ein Brot. Ich mach kein Brot. Ich mach kein Brot. Ich verstehe gar nichts. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Was soll das denn sein? Hä? Oh Mann. Pass. Pass. Ja okay. Ja okay. Ja gut. Ja... 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 Nee. Eigentlich nicht. Doch! Das war voll gut. Oh Mann ey. Okay. Jetzt erkennt hier wahrscheinlich keiner was. Dose... Oh Gott ey. Das ist Reieck. Nepal. Oh. Stück. Äh... Ähm... Käse? Pizza? Ähm... Hä? Essen? Hä? Was ist kein Pferd? Mann das hier ist ein Kuchen und da drauf ist was. Achso. Alter das ist ein Kuchen? Das ist... Ah... Oh mein Gott. Sahne! Oh Mann. Erdbeerbücher. Hä? Hä? Bei mir habt ihr es jetzt mal rausbekommen. Also bitte. Wow. Was war das bitte für ein Kuchen? Ja er war wirklich jetzt nicht der beste Kuchen der Welt. Aber okay. Aber okay. Ja das war ne Pizza ey. Los aber auch. So. Ja easy. Okay. So. Das könnt ihr euch brühen denken. Das male ich jetzt nicht aus. Oh ja. So. Dann male ich hier so ein bisschen was hin. Dann male ich hier noch was hin. Mann ist das der Windows XP Hintergrund? Was soll das? Ja. Das ist halt echt. So. Ähm. Hä? Hä? So. Dann male ich hier noch was hin. Also das ist ja mal easy. Was? Danja. Danja hat's schon. Hä? Danja hier kann sagen dass das easy ist. Ja also die Mausi hier. Die Mausi die 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 braucht das. Ich brauch das. Also Danja soll ich da noch was hinzeichnen? Was? Oh mein Gott. Soll ich da noch was hinzeichnen? Was? Äh ne also ich find's eigentlich gut so. Ey das ist die Folge der wir am aller öftersten denken. Was? Hä? Kahn kennt das nicht. Kahn kennt das nicht. Ich kenn das. Was soll das? RGB. Oh mein Gott. Zeichnest du die Natur man? Wie soll ich die Natur sonst zeichnen? Mann ey. Mutter Natur. Was ist das denn? Was sind das für Wörter? Ich bin wieder so schlecht. Wo geht's los? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. No chance. Okay. Kartoffelpüree? Nein. Oh das ist ein Detektiv. Boah. Ähm. Ähm. Äh. Bitte was? 21? 21. Oh mein Gott Danja. Richtig gut. Das hat irgendwas mit einer Serie zu tun. Nein das ist nicht. Was? Ups. Verdammt. Hoppla. Äh ja äh. Ich weiß nicht wie man schreibt. Ich bin close. Mann Deutsch ist wieder hier im Problem. Ah. Ja okay ihr wisst eh was gemeintes. Ich weiß nicht wie man Sherlock Holmes schreibt. Also mit CK. Mit CK. 21 Baker Street. Oh Mann. Ja danke Danja. Oh Mann ey. Yay. So okay. Oh Gott. Dannja jetzt streck ich mich. Wuuu. Ich hab'n schönes. Ich hab'n richtig. Ich hab'n richtig. Klar. Aber Ock. Was ging jetzt ab? Wie hast du das? Was war das denn? Das ist das erste Wort was mir mit drei Buchstaben einfällt. Ey crazy. Alter komm ich ja. Komm nicht. Ich komm gar nicht mehr klar. Ey was war das denn gerade? Alter. Alter. Das war ja richtig heftig. Äh das ist ein. Schreib mir das. Ja es ist kein Ball. Es ist kein Ball. Äh. Äh. Eine Ameise. Eine Ameise ist auch kein. Hä? Äh. Maske. Bam. Ja Teddy. Sehr gut. Was ist es denn? Nice. Äh. Oh Gott. Äh. Aber gut gemacht. Ich kenn mich mit Superhelm nicht aus. Gut gemacht. Nein. Ich kenn mich mit Marvin nicht aus. Hä? Das ist doch sowas von Spider-Man oder nicht? Nein guck auf das blaue in der Mitte. Jawoll keine Spider-Man. Achso warte. Äh. Ja. Äh. Ist das nicht Captain America? Was? Wer ist das denn jetzt? Durch dieses blaue wusste ich jetzt. Oh mein Gott das ist Iron Man. Ja. Oh nein. Ja Danja. Das ist ja. Ach man das ist Iron Man. Ja gut okay. Oha. Oha ey. Das sah erst aus dem Base geworden. Ja irgendwie hab ich auch gerade gedacht. Erstmal ist das so ein Basketball oder so. Alter. Oh Junge Junge Junge. Was ist das denn? Oh ne. Ah ne. Keine Ahnung. Äh. Was? Was? Hä? Hä? Oh. Das sieht das eben hier ein bisschen. Oh was? Nein. Hä? Ähm. Aha. Wie kann ich Rückgänge machen? Da hast du den Pinsel. Hä? Ähm. 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 Wie heißt das? Oha wie heißt das? Oha ich weiß grad auch nicht. Hä? Hä? Ähm. Das Ding. Das hat nen Namen. Ich hab's. Dann ja. Ja zumindestens. Zumindestens hab ich's so ein bisschen. Wie heißt dieses Ding? Verdammt. Boah ich komm nicht drauf. Ich hab auch keine. Heißt das irgendwas mit O? Ach. Ey das ist schlecht gezeichnet aber keine Ahnung. Ich hab's erraten. Wie heißt das Ding? Wie heißt das Ding? Querflöte? Daran hab ich jetzt gar nicht gedacht. Ah. Ne. Ich hab an dieses Oboe. Ne. Nicht Oboe. Was laber ich da? Doch Oboe. Diese riesige Flöte da. Ach egal. Ähm. Didgeridoo dieses. Nein. Ach keine Ahnung ist auch egal. Ähm. Jopp. 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 Ich hab Wunderbuch die Punkte. Jopp. Mh. Jopp. Ja. Mich kann dieses Spiel einfach nicht. Jopp. Jopp. Das ich dieser Sache hier gerecht werde. Das könnte schwierig werden. Es ist blau. Es ist blau. Nein, es ist hellblau. Ähm. Ähm. Äh. So. Die Schuldkröte. Die Schuldkröte. Kennt ihr nicht? Die Schuldkröte. Äh. Die Schuldkröte. Äh. Zeit mir doch so. So. Okay. Äh. Danja? Ja. Was? Ah. Das ist hier. Ne. Äh. Was? Äh. Tabaluga und das verschenkte Glück? Hä? Das hat irgendwas mit einer Insel zu tun. Irgendwo im Meer. Oh mein Gott. Alter. Ja. Oh. Okay. Alter. Das ist aber trotzdem gut gemacht. Ich hab's versucht. Boah. Das ist jetzt schwierig. Hawaii Man. Leute. Das ist jetzt echt schwierig. Okay. Ja. Aber das ist auch ein langes Wort. Oha. Star Wars. Äh. 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 Was? Es ist sehr sehr schwierig. Dunkelheit. Straßenbeleuchtung. Äh. Äh. Man weiß es ja nicht. Äh. Astrophysik. Astrophysik. Äh. Was? Hä? Was ist denn? Oh. Das ist irgendwas mit Sternzeichen. Äh. Was? Irgendein Sternzeichen ist das. Hä? Hä? Was malst du da? Das sind schwebende Pilze. Ja. Ich merke das. Milchstraße. Nein. Ich krieg's nicht anders hin. Ich krieg's nicht anders hin. Alter. Was machst du denn da? Du hast nichts hingekriegt. Glühwürmchen. Glühwürmchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich würde das eher ein Gesicht malen sollen. Ja, ja. Hört auf. Das sagen wir richtig. Als hätten wir alles bei euch erkannt. Ja. Alle auch. Also bei mir hat die glaube ich. Außer das Fass. Außer das Fass. Ja gut. Das Fass. Da waren wir alle ein bisschen weg. Ähm. Ups. Äh. Boah. Was ist das? Äh. Ähm. Äh. Das. Der Hacker. Ähm. Hä? Was? Äh. Äh. Traurig. Hä? Was soll das? Hä? Krankenhaus hatte ich auch schon. Das ist es nicht. G. Also. Vielleicht. Was? Gedankenhaus. Gedankenhaus. Also ihr seid irgendwie in der richtigen Richtung. Also schlecht hab ich's nicht gezeichnet. Äh. Mit G. Hä? Hä? Ich hab keine Ahnung. Ich bin raus. Kein Plan. Mit G? Was soll das denn? Gesundheit. Gesundheit. Oh mein Gott. Och. Mann. Okay. Das war schwierig. So Sadie. Ich bin gespannt. Was kommt jetzt? Kennt ihr ja nicht auch das Reißschlussverfahren? Wie soll man das denn malen? Ja. Okay. Ähm. Alles klar. So. Ja. Ich hab was einfaches genommen eigentlich. Ähm. Sehr einfach. Hm. Ja. Das ist wirklich einfach. So. Und dann. Ähm. Ja. Genau. Ey. Ey. Wie nennt man das Ding nochmal? Wie nennt man die nochmal? Ja. Wie nennt man die nochmal? Ja. Jetzt wird's schwierig. Die haben noch so Tentakel. Ich find's schön, dass sie ihn so glücklich malt. Nein. Ja. Nein. Wie nennt man die nochmal? Oh. Ich find's gut, dass Amok da nicht drauf kommt. Aber ich kann dir noch einen kleinen Tipp geben. Wie nennt man die nochmal? Titsch. Titsch. Ah. Stimmt. Ah. Mist. Oh. Kennt ihr dieses Spielzeug? Dieses Ding, was man so umdrehen kann. Das sagt genauso aus wie das Teil. Richtig. Hm. So. Okay. So. Was ist das? Los. Kanja. Kanja. Die Kanja. Genau. Wir kennen das. Shrek. Wenn man zwei Personas eine Person sieht. Ja. Janja. Jetzt mach mal schnell. Ja. Ich mach ja schon. Mach mal schneller. Was? Schlange. Schlange. Lange Mann. Alles klar. Was siehst du denn da? Hä? Ich hab irgendwie gedacht. Also die Augen haben viel Detail. Oh. Okay. Ah. Was? Ja. Ey. Schwierig. Ja. Warum ist der Typ grün? Das war gar kein Ziel. Ja. Das war die erste Farbe die mir eingefallen ist. Wow. Oh man ey. Voll dumm. Oh man. Okay. Okay. Was ist das wirklich? Das Spiel muss man sich echt konzentrieren. Ja. Ja. Was soll das grüne sein? Es ist ein blaues Licht. Es leuchtet blau. Hä? Ne. Oh. Ha. Ja. Ja. Hey Mann. Jetzt bin ich schon wieder der Schlechteste hier oder was? Ja. Ja. Was soll das sein? Mann. Ist eh ein Tier. Warum hat der jetzt so einen riesigen Mund? Was? Damit der Schlecht versteht. Damit der Schlecht versteht. Danke, Sadie. Das ist der Tin-Fisch auf dem Seerosenbleib. Äh. Boah ey. Oh nein 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 nein. Das ist peinlich. Das kann schon nichts gutes sein. Das wird peinlich. Okay. Wann wird das jetzt peinlich? Was ist das? Wie soll ich das zeichnen? Deswegen wird's peinlich. Äh. Der Bot. Wart ihr auch in Bot-Trop beim Moviepark? Ja. Waren wir aber nicht. Was ist das? Was soll das sein? Äh. Hä? Das ist ein Döner. Äh. Was ist das? Ganz. Was soll das denn sein wieder? Was ist das denn? Hä? Hm. Oh hoffentlich erred das jemand. Ich mach's richtig falsch. Ja. Danke Kahn. Danke Kahn. Oh mein Gott. Boah. Okay. Boah. Das war jetzt aber auch ganz schön. Das war ganz schön. Ich hab aber noch überholt. Nein. Ich bin Letzter. Nein. Yes. Das ist gut, dass Abba auch in seinem eigenen Video Letzter ist. Sehr nice. Nein. Ich hab gefallen. Ich bin Zweiter, aber ich find das okay, weil Danja ist Erste geworden und die sieht fast genauso aus wie ich. Ja. Okay. Alles klar. Oh Mann. So kann man das auch sehen. So kann man das auch sehen. Eieieiei. Wenn dir das Video gefallen hat, schaut gerne bei Kahn, bei Danja und bei Sadie vorbei. Wollt ihr noch was sagen? Nein. Die Stelle vorbei. Ich bin Zeit lang gekommen. Ciao. 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 Ciao.